Und da fliegen wir alle mit dem Auto in die Luft. Ich hab da auch schon eine Stufe 3 Panzerung drauf. Das Mordi kommt immer sofort ab, wenn wir nichts mehr grüßen. Wenn wir noch nicht sofort in die Halle gehen, sondern hier, bevor das Gebäude kommt. Hier und dann die, die von da vorne kommen, die uns immer in den Rücken fallen. Wenn du gerade ausschaust, von dieser Seite kommen nachher... Sobald wir hier in die Strasse reingehen und dann kommen die von... Ja. Fahr mal nach rechts, rechts rauf. Können wir die beiden rechts von uns gleichzeitig mit einem schallgedämpften Waffe wegbogen? Ich hab den rechten. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Feuer. Looks like a shit show down there! Clear the airstrip before you think about taking that bird in to the sky. If the plane gets shot up, we're back to Mode. Keep it up down there! The more noise you make with the airstrip, the more plausible the cover story becomes. Markus, R1, R1 Geht nicht Jetzt geht's Jetzt kommt so der von links Einen hab ich von der Seite Den zweiten hab ich auch von der Seite Ja, ich hab auch schon Rangkrieg, einfach was holen Den hab ich Von hinten kommen wir grad Nur noch 1 oder 2 Blöde Ärsche Die Strasse Wieder von hinten Unten Einen hab ich Einen hab ich Drecksecke Scheiße, keiner kriegen da mehr Ich hab hier noch rein, ich hab hier noch rein Ich hab hier Ganz auf Habe ich Ja, neben haben wir auch Autsch Mordor, geh nach hinten, geh nach hinten, da kommen wir gleich Deckung bleiben. Noch einen. Ja, ich hab sie. Nee, aber erst mal muss ich dagegen tanken. Was machen wir jetzt? Autos wegfahren, oder was? Reinsteigen. Brauchst du noch eine Panzerung? Okay. Sag ich ja, soll ich die Autos wegstellen? Nee, da ist mehrmals genug Platz, da steht nur ein Auto. Da steht nur ein Auto im Weg. Ja, komm. Kann ich einsteigen. Einsteigen kann ich nicht, dann müssen wir sie fahren. Warte, bis der Pilot... ...abgeliefert hat. Ja, muss nur noch du abliefern. Die müssen wir noch warten, dass du abliefert wirst. Bist du witzig? Ich hab mit einem Eingrack wegen der von meiner eigenen Karre abgeknallt. ... ... ... ... Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht der Fahrer. ... ... ... Das war's. Ich hatte einmal echt Glück, wo ich noch auf der Brücke stand. Da kamen zwei Wagen und die sind genau da angehalten, wo ich gestanden bin. Das war's. 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 Ich habe das Gefühl, es war nicht gedacht dafür, dass die anderen Leute jetzt auch rumfahren. Also hier und da sieht man einen Rumlauf, aber keine Autos, nix. Doch, doch. Wir sind unten am Flughafen. Aha, quer zur Landebahn. Haha. Danke. 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 Mache. Ja, aber da würde ich sagen, dass wir die ganze Zeit hatten. siebzehn